Hören Sie auch heute wieder eine spannende und atemberaubende Folge unserer noch spannenderen und noch atemberaubenderen Fantasy-Serie Der Herr der Inge. Inge, bringen wir mal meine beiden Kaffee. Ja, Herr, sofort. B.O. geht aus seinem Haus. Lalalala, oh, ein Ring, den nehme ich jetzt auf. Ich bin der Ring, ich werde dir nur Unglück bringen. Okay, ich tue den jetzt an. Oh, ich bin unsichtbar. Oh, wo ist denn der Bilbo? Hihi, das macht einen Spaß. Ich bin hier. Er hat sich mir umgelegt. Äh, ja, falsch. Ey, ich wusste gar nicht, dass Bilbo schwul ist. Wieso bin ich denn jetzt schwul? Ich bin doch nur unsichtbar. Was machen wir? Da sind ja, da sind ja Arogon und, äh, und, äh, Ebolas oder wie sie auch alle holen. Ebolas. Ja, ich glaube, ich gehe wieder. Ich kriege nämlich da mal alles kotzen. Genau, du stinkst auch schon so, als würdest du kotzen, du elender Penner. Menno, der Ring ist so gemein zu mir. Blöder Ring, ich nehme dich jetzt ab. Nö, ich schweiß dich weg. Tja, das funktioniert nicht. Oh, das... Ich werde dich mal ein Leben lang verfolgen. Oh, das ist ja ein Ring, ich nehme ihn mir. Ey, Gandalf, wo bist du denn hin? Haha, ich bin doch hier. Haha, wieder so ein Penner, der mich umgelegt hat. Ja, sprich da. Ich, deine Unterhose. Darf, Darf, bist du das? Ja, ich bin's. Bilbo. Hallo Gandalf, du hast irgendein komisches, goldenes Ding um deinen Hintern. Das ist eine exklusive Calvin Klein Unterhose. Wow, bist du modisch, Gandalf? Das wusste ich ja gar nicht. Das wusste ich ja gar nicht. Ja, was machen wir denn jetzt, Gandalf? Hier, wir shoppen in der City. Hier stinkts nach Scheiße. Aber vorher verkaufen wir den Ring beim Juwelier, okay? Und tausend. Die Unterhose, natürlich fein ich doch. Entschuldigung. Ich bin eine exklusive schicke Metall Unterhose. Vergess das nicht. Achso, du bist dann so ein komischer Schutzbeb, die die Jungfrauen übertragen mussten. Geisheitsgürtel. Ja, genau. Gandalf hat ein Kohlschatzgürtel. Gandalf hat ein Kohlschatzgürtel. Gandalf hat ein Kohlschatzgürtel. Gandalf ist ein Mädchen. Gandalf ist ein Mädchen. Pst. Gandalf ist noch Jungfrau. Gandalf ist noch Jungfrau, obwohl er schon dreieinhalb Jahre alt ist. Ich schlage mal kurz nach. Ich schlage mal kurz nach. Vergessen wir den Streit. Hier steht, wir müssen gerade einen Drachen erlegen und gehen durch dunkle Höhlen. Das ist langweilig. Ich will lieber saufen gehen. Okay, gehen wir in die Kneipe. Hey, warum kümmt er sich dem Bier in die Hose? Der ist komisch. Keiner ein bisschen freier auf. Keiner ein bisschen freier auf. Entschuldigung, wenn ich betrunken bin, werde ich immer leicht ausfallen. Hallo, ich bin Aragorn. Ich bin gerade im Schneebruch. Oh, ich glaube, ich muss ganz... Ich werde mir nur auf die Arme gespuckt. Aragorn nennt man auch den Stricher. Den Stricher? Was heißt denn das? Der geht immer auf der Straße rum und zieht die Linie nach, damit sich keiner verfährt. Ach so. Ja, das mache ich gerne. Ein Höhlen für die ganze Gemeinschaft und so. Was ist denn dieser komische betrunkener Zwerg, der da auf dem Boden liegt und vor sich hinbault? Ich bin kein Zwerger! Ich bin auch ein Witz! Ist das Gimli? Ja, ich bin Bebo! Ich bin voll zurück! Ja! Doch, dann kommt Frodo. Oh Bebo, was machst du am Boden? Ey, Klaufen! Da kippt mir alles! Wir wollen nichts machen! Du musst dir auch einen hinter die Binde kippen! Ich trage keine Binde, du Sau! Echt? Echt? Musst du aber? Ich weiß, es muss so viel Trink sein. Kannst du eigentlich... Keine Zeit! Es ist so... Es ist so... Es ist so... Ich seh nix! Ich seh nix! Ich seh nix! Zieh die Hose runter! Okay! Ey! Gott, da waren die Hosen... Komm, da waren ja die Beine rasiert! Gott, da bist ne Frau! Gott, da bist ne Trance! 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 Applaus